lehnt euch zurück und gönnt euch Haptic Rush ist wieder hier jetzt machst du noch mal deine Begrüßung lehnt euch zurück, achso oh mein Gott Jungs oh mein Gott Triple Nuklear nach 17 Fails ok das ist nur meine Begrüßung äh Dominik ist auch dabei Skate ja Jem ist auch dabei das Video fängt schon an ja ich mach doch keine richtige Begrüßung alter wo denken wir denn hin auf jeden Fall machen wir heute wieder OP-Guide aber heute eine Special Episode weil wir sind heute zu dritt wir spielen alle dieselbe Klasse außer Dominik der hat statt Towerhawk eine Stolperfalle dabei und wir spielen halt Reject aber er spielt Gravity Spikes aber das geht schon also die Drakon mit XM53 also ihr wisst ja OP-Guide ich hab diesmal halt auch zwei Experten den Weißwurstladengewinner Raptor der hat natürlich Ahnung vom Spiel auch und World's Best SMG Player Haptic Rush der kann das halt auch bestätigen dass diese Klasse einfach nur Broken ist mit der Drakon ich möchte dazu noch mal etwas sagen sag das bitte mein Bruder der Weißwurstladengewinner Raptorius hier jetzt am Mic ist einfach der Beste zur Zeit nice deswegen möchte ich euch sagen dass die Drakon absolut am Ennihilaten ist und dass Lucas einfach die absolute Ahnung hat ihr denkt mal ich trolle euch ne aber ich will euch nur helfen dass ihr euer Gameplay verbessern könnt ja ich spiele jetzt ne Runde auf äh lass mal random classified King X Raiden the King X und X Dark Raiden the King X ja und ich hab nen Skaffi ich hab den Tipp übrigens von ähm Jerd bekommen wenn ihr Jerd kennt wir sind auf jeden Fall Homies der hat mir das gesagt Digga das ist mein Homeboy Digga der war auch auf der Weißwurstladen der hat mir so gesagt yo Digga mach mal ne OP-Guide mit der Drakon die ist so unnormal krass der sagt so Digga was Digga was Activision hat mich auch schon angeschrieben ich soll nicht mehr so viele OP-Guides machen weil ich halt die ganzen broken Sachen halt Reveale quasi in meinen Videos wenn man nen Tormerock wirft darf man nur auf der Stelle stehen bleiben falls der Clip dann kommt das ist mal nicht irgendwie wie ein Buster okay einer ist schon top der ist glaub ich am hacken Jungs weil sonst hätte der mich nicht kennen können let's go danach bin ich gestorben das war unfair Digga er hatte Aimbot ja ey Digga wir kriegen immer so ich krieg immer nen Hacker ins Team wenn ich OP-Guide aufnehmen will man schon wieder nen Hacker ey Junge die hacken so hart Digga mann man das Spiel ist so verpackt ja man ich bin schon wieder tot es lag schon wieder ey Digga ohne Spaß ey hast du grad den lag bei mir gesehen Dormer ja das lag das ist voll die Verbrechung nicht ey Digga ich lege Jungs ich hab ihn getubed let's go ich hab halt die lag so unnormal Digga ich hab nen Skaff hier hab ich getubed und ich hab ihn auch nice warum ist die Drakon so warum ist die so OP Digga oh Hitmarker warum hab ich die bis jetzt nicht gesehen ich hab nur VMP gespielt oh wird die Drohne angezeigt ich hab reject Jungs ich hab reject Drohne Jungs 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 Drohne zerstört oh mein Gott ich hab nen Double Feet ich hab fast nen Triple Kill gemacht mit Stolp so ein großer YouTuber wie Haptic Rush approved sogar meine Videos Jungs also ich weiß ja nicht mehr aber ja es stimmt wirklich ja wer denkt das Quatsch ist der der versteht das einfach nicht Digga dann seid ihr nen Hundescheiß wert wenn ihr das nicht glaubt ja das Ding ist ja ich hab letztens auch mit ApoRed geredet er sagt so Digga wenn du auf meine Sneaks trittst jetzt haben wir unnormal Beef ich hab fast nen Kill mit der Draken gemacht Jungs und dann jetzt hört der uns oh wir wurden so weg eliminiert wir haben aber auch glaub ich diesen Hack dass die immer Specialists haben komm 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 Unlimited Schrägstrich Specialist muss man da ey ich mach jetzt pass auf ich mach ein Toma okay ah schade die hacken so man ich hab ohne Witz ich hab keinen Bock mehr man egal Jungs ich hab einen getubed wir sind wieder back im Game noch einen getubed ich hab die Drohne kaputt gemacht ich hab einen mit ner Sense getubed let's go ja ich hab einen getubed oh mein Gott oh mein Gott oh mein oh mein Gott heptig Digga Digga mit das ist nur mit dieser Klasse halt möglich ich hab einen getubed Jungs Digga was ist hier los alter Welt Premiere und ich mach es mit den Gegnern Digga ich hab halt mit ApoRed geredet er sagt so ja wenn du auf meine Sneaks trittst haben wir jetzt unnormal Beef und ich sag so Digga ich will aufpassen mit wem du redest ne weil ich bin so ein präziser Scharfschütze treffe deine Zahnlücke warten Digga das hast du nicht gesagt doch Digga hast du echt getraut und er so er so wow du hast 100 Likes mehr ich hab 100 Nike Air check mal dein Style sag mal bitte nichts gegen Red ich sag mal nicht gegen Red er ist mein Digi er ist mein Digi das ist echt blöd ich wollte nur eine schöne Erfolg OP-Guide aufnehmen ne das ist unglaublich ihr wollt doch auch nur Videos bekommen oder ja dann hack doch nicht ist so Jungs uns oh mein Gott oh Jungs helf mir helf mir komm ich hab schnell Digga ich kann nicht ja die hacken man was willst du denn machen ich hab Reject Jungs let's go warte ich helf dir Digga nenn mich Herkules Kid Digga die haben gehackt guck euch das an wie der hackt Digga ich geh noch ein und dann ist er auf einmal wieder da und hackt Digga ich hasse es so sehr guck dirs an guck dirs an pass auf hast du diesen ApoRed geredet ich kenne den das ist doch der Typ der bei Tolga Mods seinen Rapid-File-Controller gemacht hat ja stimmt eine Kugel Digga er hackt so Digga er hat nen Rap nein Rapid-File-Rack Digga ja ich bin auch jetzt ein bisschen niedergeschlagen dass mein Video halt so kaputt gemacht wurde ja ich verstehe das so Digga du hast dir halt so erhofft einfach richtig schön was zu erarbeiten ja das ist auch gerade echt schwer für mich ein schnickes 70-0 weil das ist halt einfach die beste Klasse und dann kommt sowas Digga ich muss mein G-Fuel nehmen um mich zu trüsten ja ich 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 hole jetzt mein Monster ne bis gleich ja bis gleich Digga ich muss grad mein G-Fuel tröstet mich gerade ja also ich möchte auf jeden Fall sagen jetzt mal Realtalk ne ja ja hackt bitte weniger das ist echt wir wollen auch alle nur Spaß an dem Spiel haben und das geht echt nicht ich lass mich für einen kleinen Dödel haben dass ihr hackt ihr habt so einen kleinen Dödel alter warte warte erstmal verabschied ich mich nochmal und dann nochmal in Double-Time ok ok gut also Leute wenn es euch gefallen hat wirklich dann lasst mir nen Monster da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Stolperfalle weil meine Verabschiedungen nicht Double sondern Triple-Time ja das ist Triple-Time und jetzt gibt es Nipple-Time ich lecke deine Nippel und danach geh ich nicht vergessen dass ich noch Auto bein bin bis zum nächsten Mal Leute tschüss halt Vielen Dank.